hallo an alle und willkommen zurück zu einer weiteren folge von astellaris mit babo und ich drück mal hier schon mal weiter ich habe ganz ganz viele polonien scheinbar zu managen das ist momentan das einzige was mich irgendwie ein bisschen nach vorne bringt und 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 Eieieieieieieieiei What I'm doing? I'm doing shit I'm doing shit Jawohl, das ist doch schön Was bedeutet das jetzt, der Markt? Äh Ja, das bedeutet im Grunde nur, dass ich jetzt derzeit Marktführer bin Okay Und ich krieg deshalb 10% weniger Marktsteuern Ah, okay Justice will be served Okay, jetzt habe ich wieder eine Kriegserklärung reinbekommen Oh, sehr nett Geil, viel Spaß Ja, das denke ich mir auch So, dann verstärken wir mal die Flotte Ja, dann muss ich mal gucken hier Die Ophel-Star-Soveranity Ähm, ja, ja Die sind richtig strong Ich find's, ich find's lustig Jeden, den ich angucke, ist mir technologisch unterlegen Bis auf die vollen Empires, aber die sind ja eh Ich weiß allerdings nicht, wie deine Flottenstärke im Vergleich zu mir ist Ähm Also die von United S Dingens ist mir ebenbürtig Okay Sieht man das irgendwo bei den Kontakten, oder? Äh, also wenn du einfach im Diplomatie-Fenster Ja Wenn du genug Geheimdienstinformationen oder eine genug Beziehung zu dem hast Dann siehst du, wie Gut Flotte Wirtschaft und Technologiestufe im Vergleich zu dir ist Ah, okay Wirtschaftliche Macht ist, ähm, zu United S Jack and Coalition Also zu meinem Kriegsgegner Wirtschaftliche ist mir überlegen Technologie ist, äh, ebenbürtig Wie bist du, wie stehst du zu mir? Oh, Technologiestufe wirst du mir überlegen Naja Also ich glaube ich will technologisch den meisten überlegen Das bringt mir auch die meisten Punkte im Galaktischen Rat wahrscheinlich Mal gucken In der Gemeinschaft meine ich Also das kann man doch Also ich krieg Ich krieg 107 Punkte durch Flottenstärke 286 durch Bewohner 185 durch Wirtschaft Und 341 durch Technologie Das wollte ich nicht Lass mal Werfer Ich find's auch geil, das ist mir jetzt erst aufgefallen Wenn mein Herrscher das Mandat nicht erfüllt Dann wird er ermordet Dann wird er ermordet Das ist ein bisschen Ja Äh Jetzt hab ich mal ein Ingenieurfeld dran Jetzt hab ich mal ein Ingenieurfeld dran Das ist Ja gut, brauchen wir jetzt gerade nicht Oder wo bist du? Ach du bist das da hinten So was hast du denn? Okay, jetzt wird's spannend Bergbaustation Strafkolonie ausrufen Auch geil Auch geil Das wo ich in meinem Let's Play ewig drauf warte Krieg ich jetzt instant Oh, meine Stationen haben sie fast Moment Ich hab gerade hier ein bisschen Ein bisschen Probleme Ja Kein Problem So, das ist okay Das ist okay Warte, 20 übergreifend Okay Zack Ich hab den Fight gewonnen Jawoll Oh, puh Das war knapp Das sag ich dir Glaub ich dir irgendwie Glaub ich dir irgendwie Die 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 Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Jetzt bin ich in das große Rumge-Micro-Manager. Ähm. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. 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 Okay. Oh, wenn die Rohstoffe immer im Minus sind, das ist doch ein Rott. In der Tat, das ist nicht sehr angenehm. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. 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 Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Was hat er denn hier ständig? 5600. Wir es nicht. Ja, ich glaub an dich. Ah, seine Flottenstärke ist jetzt der meinigen unterlegen. Gut, aber ich bin auch derzeit meine Flotte ein bisschen am Ausbau und vielleicht liegt's daran. Ich hab ihm ja auch schon ein bisschen was weggehauen, also. Ja. Okay, er geht dann nach unten, auch vorhin gehabt, ey. Oh, Plasmawerfer. Geil. Dann. Ah. Ah. Euer rate Schiffe bitte mehr. Das ist doch schön. Ähm, jetzt Schiffsdesigner. Oh nein, ich weiß nicht. Schürt. So, jetzt ist bei mir einiges gestorben. So, jetzt bin ich hier? Ja. Ich muss leider die ganze Zeit immer mal so ein bisschen stoppen und machen und tun. Hm. So, dann machen wir das da und du machst das da. Verbessern wir noch einmal die Flotte. Dann gehen wir auch wieder in den Krieg. Geht's auch wieder in den Krieg? Ja. Ja. Diese hässlichen Grenzen facken mich ab. Ich hab jetzt sogar schon Ansprüche von mir fallen gelassen und so formuliert, dass es... dass nachher halt halbwegs vernünftig aussehen würde. So, du hast aber kein Defensivabkommen. Doch, hast du. Scheiße. Wer bist du? Ach, du bist die hier. Äh. Was ist, wenn ich hier Erniedrigung einladen? Dich. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Hast du fliegt in Kälte? Nimmst du meine Einladung in den Krieg an? Ja, machst du. Danke schön. Na gut. Woah. Cool! Ich würde tatsächlich meine Schiffe wären schon zu Ende verbessert, aber Surprise Das ist wahnsinnig. Jetzt ist die Flotte abgecreated. Jetzt muss ich mal ganz kurz regenerieren. Gibt's gleich. Malerweise spiele ich nur so aggressiv, wenn ich auch nur militäristische Völker habe. Aber jetzt spiele ich heute mal anders. So ein Scheiß. Der hat meine Außenbasis schon wieder eingenommen. Was ein Rotz. Das war blöd. Oh, die sind bei mir drin. Das war blöd. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020